hallo bei ink up your pen möchte euch heute einen neuen füllfederhalter vorstellen den ich anlässlich der amazon prime days gekauft habe und zwar den amazon basics füllfederhalter so sieht er aus so kommt er an ihr seht schon ich habe ihn noch nicht ausgepackt das will ich heute mit euch gemeinsam tun und dann werden wir uns wie bei meinen anderen rezensionen auch mal so ein bisschen über die firma unterhalten über das material das welche ich alles beschreiben was er gekostet hat und ja dann machen wir maß und gewichte und danach wie immer ein schreibtest dann sage ich euch was mir gut gefällt was mir weniger gut gefällt und zum schluss ziemlich kurzes resümee und dabei wäre ich sagen ob ich mir wieder kaufen würde oder eher nicht dann beginnen wir gleich so kommt er bei euch an der amazon basics füllfederhalter das ist hier eine pappschachtel das steht in mehreren sprachen ich nehme jetzt hier mal deutsch nachfüllbarer füllfederhalter mittlere spitze messing schafft schwarze tinte wie gesagt ja neben dem obligatorischen versandkarton der bei amazon noch dabei ist befindet sich der füllfederhalter hier in dieser pappe made in china hergestellt in china hier noch mal eine nummer drauf hier hinten haben wir auch noch mal den hersteller wenn zu i ho hao pen trade company in long one when to say young china ich entschuldige mich bei allen chinesisch sprechenden menschen über für meine aussprache ich finde es aber gut dass hier drauf steht wo dieser füllfederhalter produziert wurde und das nicht einfach nur gesagt wird das ist ein füllfederhalter von amazon hier steht noch mal eine kleine nummer muss die zu bedeuten weiß ich nicht die ecken sind hier verklebt diese pappe an dieser seite auch und dann werden wir sehen dass wir das hier einigermaßen vernünftig auf bekommen und schon ganz gespannt wie das da drin weitergeht kann natürlich ein bisschen dauern weil ich auch möglichst nichts kaputt machen will ist ja klar so hier geht die kiste auf und da drin ist würde ich sagen so eine eine box plastik box drücken wir hinten ein bisschen drauf dann können wir das glaube ich schon irgendwie hier ein paar spiegelung per kratzer drauf weiß ich nicht rausziehen das hier noch ein bisschen weiter geht und sich hinten noch aufschneiden das geht so aus können wir die pappe man neben hinlegen ja das hier ist eine schöne box muss ich sagen kunststoff sieht wertig aus hier sind irgendwie ein paar spiegelung per kratzer drauf weiß ich nicht komplett unbeschriftet weder hier noch hier hier leichte spuren von dieser pappbox die lassen sich aber abwischen nur ein bisschen staub oder wenn wir aufmachen so so sieht es aus kommt hier als erstes mal eine anleitung amazon basic basics refillable fountain pen nachfüllbarer füllfederhalter so wie man patronen hier einsetzt wird dann mir gezeigt in mehreren sprachen ok ich glaube das kriegen wir auch ohne diese anleitung hin legen wir auch mal beiseite so und in der schachtel befindet sich das ist hier so ein ja leichter schaumstoff überzogen mit samt also sehr edel gemacht man sagen findet sich hier auch noch mal so eine ein form schaumstoff drin da sind zwei füllfederhalter patronen mit drin amazon basics gebrandet sehen aus wie international standard die werde ich heute hier nicht probieren sondern ich werde mal schauen dass ich dies mit dem converter betreiben kann schauen wir mal so sieht es aus mal gucken ob hier irgendwas rauszunehmen geht sieht nicht so aus also sehr wertig weil ich muss euch ja mal dazu sagen dieser füllfederhalter der hat bei den prime days 6,37 euro gekostet der kostet sonst circa 9 euro und wenn ich bedenke was hier für eine massive verpackung und und präsent box mit dabei ist dann ist es schon bemerkenswert der hersteller wenn zu aihau pen trade company ist jetzt mir kein bekannter chinesischer hersteller ich habe mir mal die website angeschaut die stellen eine ganze menge büro materialien her viele verschiedene arten von stiften und sind aber jetzt bei den einschlägigen portalen als eigener produzent mir bisher noch nicht untergekommen also insofern weiß ich nicht ob die nur in china verkaufen aber hier haben sie den füllfederhalter für amazon hergestellt schauen wir uns die patrone mal an das sieht alles nach international standard aus gucken wir mal ja ich glaube das passt das ist ein ganz normaler converter den ich hier habe den werden wir dann dafür einsetzen anstatt die patrone zu verwenden ansonsten finde ich ganz schön dass die hier das selber gebrandet als patrone mitschicken amazon basics die legen wir wieder zurück und nehmen uns mal den füllfederhalter raus und stellen auch mal die box entsprechend an die seite ja ich sehe den jetzt auch zum allerersten mal der füllfederhalter hier steht amazon basics drauf ein bisschen rein zoomen müssen so hier kann man es schön lesen auf dem clip amazon basics ansonsten ist es ein klassischer schlanker füllfederhalter der schwarzen lack überzug hat sehr sachlich gehalten der clip recht fest der so richtig gut funktioniert vermag ich zu bezweifeln weil der wirklich sehr fest ist ja also das ist nicht so richtig gelungen ist jetzt hier ist jetzt nicht weil ich habe den autofokus nicht zurück gesetzt jetzt sieht es wieder also ihr seht hier jetzt dass das gar nicht ganz so einfach ist da muss man schon ein bisschen kraft aufwenden also der wird nicht wirklich sehr gelungen ansonsten alles in ja fühlt sich metallisch an schwer und mit schwarzem lack überzogen also ein ganz klassischer stift dann wenn man sehen wie der hier aufgeht ziehen so dann haben wir hier die kappe die hat kein eigenes abschluss stück oder in stück die ist komplett aus einem stück der clip wie gesagt aus meiner sicht deutlich zu fest der ist nicht gut gelungen schauen wir uns mal das innere an ich würde sagen das ist hier dieser messing teil nicht nur der schaftes aus metall sondern auch der rest also die kappe hier kann man schön sehen die innen kappe ist eine kunststoff kappe alles aus einem stück und ja wird eigentlich ganz solide dann schauen wir uns mal den füll federhalter selber an da brauche ich keine taschenlampe dazu die feder nicht gebrandet nur m für mittlere feder ansonsten kein hinweis auf amazon schöne abschluss stücken hier am griff stück in silber gehalten passt wunderbar sehr schlank der füllfeder halter aber liegt ganz gut in der hand vom ersten eindruck aber ist schon eher ein ein schlankes modell ist jetzt auch kein riese wie man hier sieht wenn ich den in der hand habe aber ist ein ganz sachlicher schlichter füllfeder halter dann werden wir den mal zerlegen hier kommt noch was raus hier kommt noch mal eine amazon basics patrone heraus so wie wir sie eben auch schon hier in der präsent box gefunden haben die legen wir auch einfach mal nebenhin die brauchen wir jetzt auch nicht hier auch gutes gute metall verarbeitung sieht man das messing so ein bisschen durch also auch eine schwere ausführung griff stück fühlt sich gut an klassischer tintenleiter mit den entsprechenden lamellen auch hier keine keine besonderheiten aber alles aus metall gearbeitet ja dann kommen wir zum schaft da können wir mal einen blick reinwerfen auch metall messing schafft so wird es ja auch beschrieben also alles sehr solide abschluss stück hier unten wieder in silber gehalten alles fest verbunden keine scharfen gerate keine scharfen kanten dran also fühlt sich fühlt sich alles sehr gut an muss man sagen ja soviel zu den bestandteilen dann werde ich den jetzt mal wieder zusammensetzen und dann werden wir maße und gewichte machen und danach gehen wir zum schreibtest über so jetzt wollen wir uns mal mit maßen und gewichten und der schreibprobe beschäftigen vorab will ich euch noch mitteilen ich hatte ja eben angekündigt dass ich diese tinten patronen nicht nutzen werde weil ich den füllfederhalter gerne mit einem konverter betreiben möchte das war mir so nicht möglich also ein standard konverter passt zwar von der aufnahme her rein also dies sind standard patron aber die länge des schaftes macht es unmöglich da einen standard konverter unterzubringen und wie gesagt amazon liefert hier keinen konverter mit das finde ich in zeiten der nachhaltigkeit wo das immer größere bedeutung gewinnt finde ich nicht in ordnung das ist zu viel plastikmüll da muss ich mal gucken ob ich so ein mini konverter finden aber eigentlich würde ich erwarten dass ein unternehmen wie amazon da bisschen dran denkt und aus gründen der nachhaltigkeit hier einen konverter zuliefert das ist der absolute standard bei chinesischen füllfederhalter herstellern und ich kann mir nicht erklären wenn ich diesen füllfederhalter in china produzieren lasse dass es da nicht möglich ist nur drei tinten patronen beizulegen und keinen konverter also das sollte möglich sein da ein konverter beizulegen okay so wie der füllfederhalter hier jetzt vor euch liegt wiegt er gefüllt mit einer tinten patrone es geht auch keine zweite mit hinein man kann nur eine einsetzen ansonsten ist der schaft wieder zu kurz beziehungsweise zu eng wiegt er 26,3 gramm in dem geschlossenen zustand misst er 13,8 cm ohne kappe die übrigens recht fest aber sehr solide sitzt da hätte ich jetzt keinerlei bedenken dass die irgendwie mal abgehen könnte also so in dieser form misst er 12,3 cm und wenn ich jetzt versuchen würde ihn aufzustecken da würde ich so ein bisschen daran scheitern weil er relativ locker sitzt also aufstecken ist hier nicht wirklich möglich könnte mir vorstellen dass man das aus gründen der struktur hier dieses dieser lackierung gemacht hat dass man da nicht möchte dass man aufsteckt weil das vielleicht beschädigungen hat annimmt dann das kann ich nicht einschätzen nur so eine überlegung also die kappe sitzt nicht wirklich gut ihr seht hier hinten das brauchen wir nicht zu machen okay ja dann kommen wir mal zum schreibtest wir haben heute hier den amazon amazon basics füllfederhalter der hat eine mittlere feder die tinte ist da ist amazon basics schwarz schwarz in klammern tintenpatrone das papier ist wie immer claire fontaine dcp 160 160 gramm ihr wisst ich verwende möglichst immer das gleiche papier damit ihr euch auch mal einen vergleich anhören könnt wie die feder über das papier gleitet ja dann könnte das jetzt eben mal tun ich finde das klingt recht angenehm er liegt auch ganz gut in der hand aber ihr seht hier an meiner haltung ich bin gewohnt mit etwas kräftigeren füllfeder haltern zu schreiben ich fasse den relativ weit oben an man könnte den ja auch so anfassen aber da ist er mir zu schlank also ich fasse ihn hier an aber es ist angenehm zu schreiben jetzt lassen wir einen moment offen und versuchen noch mal schnelles schreiben und gucken ob er anschreibschwierigkeiten hat ne hat er nicht auch schnelles schreiben kriegt er wunderbar hin dann schauen wir mal ob ein bisschen variation rein bekommen ja ganz leicht würde ich sagen hier wenn er hier mal schaut und hier also muss auch sagen guter tintenfluss schreibt recht feucht tinte kann ich nicht beurteilen wie gesagt amazon basics kein hersteller benannt ob das wenn so aihau pen trade company hier gestellt hat oder ob die zugekauft haben ist mir hier nicht ersichtlich gewesen ja er hat keine anschreibschwierigkeiten liegt gut in der hand schreibt sich angenehm klingt gut für eine mittlere feder finde ich hat er auch die entsprechende strichbreite und soviel zum schreibtest und dann werde ich euch jetzt sagen was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am amazon basics füllfederhalter was gefällt mir gut was gefällt mir weniger gut am amazon basics füllfederhalter hier ist er noch mal ja was gefällt mir gut mir gefällt gut die solide verarbeitung das alles aus metall wird auch so als messing angegeben das finde ich sehr schön amazon basic branding ist drauf er schreibt sehr gut er hat einen guten tintenfluss ihr habt selber gesehen das sind so die positiven eigenschaften die ich hier in diesem test jetzt hier herausfinden konnte was gefällt mir weniger gut der clip ist aus meiner sicht nicht funktional da da kann man noch ich sag mal einen besseren konstruieren es ist kein konverter dabei das ist für mich so der hauptgrund dass ich sage es ist jetzt unbedingt in diese zeit passt es einfach nicht nur noch mit mit patronen zu arbeiten und plastikmüll zu erzeugen da sollte ein konverter dabei sein zumal dieser füllfederhalter ja auch am schaft eine konstruktion hat oder konstruiert ist so dass kein normaler konverter da also kein normaler standard konverter da reinpasst da sollte etwas dabei sein da würde ich mich einfach freuen wenn amazon da noch mal drüber nachdenken würde da ein konverter beizulegen ausgründen der nachhaltigkeit man kann die kappe nicht aufstecken ist ein weiterer negativer punkt nicht für mich weil ich mag das ähnlich mit aufgesteckter kappe zu schreiben das ist nicht meine nicht meine welt was mich aber so ein bisschen stört aber das auch wieder eine rein persönliche sache das ist jetzt kein problem des füllfederhalter sondern einfach eine geschmacksfrage dieser füllfederhalter wenn wenn ich den so halte am griffstück dann müsste ich den eigentlich hier halten da ist er mir aber zu schlank ich gehe dann oben hier ans ans band des schaftes weil es da schon dicker wird und da halte ich den füllfederhalter und halte den also ziemlich weit oben weil es mir da angenehmer ist wenn man den wenn man den so hält dann schreibt sich sehr angenehm also da kann ich gar nichts sagen ich finde die feder ist sehr gut gelungen die kratzt nicht der tintenfluss ist einer einer mittleren feder entsprechend das das finde ich alles alles super gut aber ich denke dass hier die nachteile für mich persönlich ein bisschen überwiegen auch wenn eine schöne präsentationsbox dabei ist da kann man gut aufbewahren und kann auch gut transportieren und sicher transportieren aber denke gerade so ein füllfederhalter der in der heutigen zeit auf den markt kommt der sollte so ein bisschen den nachhaltigkeitsaspekt mit berücksichtigen und daher muss ich sagen würde ich mir wieder kaufen vielleicht es ist jetzt nicht so dass ich sage das sind jetzt sechs euro 37 gewesen da gibt es nichts vergleichbares in dieser klasse was einen einen solchen guten schreibeffekt hat das kann ich nicht sagen gerade bei chinesischen füllfederhalter weil mit denen muss sich der amazon basics füllfederhalter vergleichen weil er ist ein füllfederhalter aus china da findet man den ein oder anderen füllfederhalter der in punkto ich sag mal komfort mit einem converter dabei noch ein bisschen mehr bietet als der amazon basics füllfederhalter ich denke mal wenn wenn hier diese erste version wenn man da noch sich so ein paar gedanken drüber macht und nachfolgeversion rausbringt die dann jetzt auch nach meinem geschmack aber das jetzt meine persönliche geschichte vielleicht auch ein bisschen kräftiger ist dann könnte ich mir durchaus vorstellen mir hier noch ein füllfederhalter zu kaufen aber dieses modell würde ich mir nicht unbedingt wieder kaufen obwohl es hier nach dem ersten eindruck ein absolut zuverlässiges schreibgerät ist aber ich denke hier ist noch ein bisschen was drin was vielleicht auch in der zukunft dann sich hier noch für diesen amazon basics füllfederhalter umsetzen lässt ja preislich hatte ich schon gesagt 637 jetzt ohne prime days kostet er ungefähr 9 euro für 9 euro ist das noch leichter finde ich zu beantworten da gibt es viel konkurrenz die euch anschauen solltet jetzt über oder aus dem chinesischen markt aber hier auch im deutschen markt insofern müsst ihr entscheiden ob ihr euch den amazon basics füllfederhalter aus messing kauft mit der mittleren feder oder ob ihr euch auf dem markt noch mal umschaut und dann sehen wir uns beim nächsten mal bei in gab your pen im nächsten mal bei um in im 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 im